Hallo zusammen! Heute darf ich mich sogar ein zweites Mal melden, denn es gab ja die eine oder andere kurze Frage noch zum Skat Masters. Erstens wolltet ihr wissen, wann ist denn das überhaupt? Und die Antwort lautet jetzt am Wochenende. Das heißt, morgen fahre ich schon nach Berlin und dann schauen wir mal, was diese hier für mich bereithalten. Und die zweite Frage war, ob das irgendwo live übertragen wird oder wenigstens die Ergebnisse zu sehen sind. Und da fürchte ich, dass das nicht der Fall sein wird. Ich wüsste nicht, dass das irgendwo online gestellt wird. Habt mir deswegen aber vorgenommen, selber ein wenig zu posten, wenn es euch interessiert. Erstens mal hier auf meiner Patreon-Seite, da dürft ihr selbstverständlich jederzeit auch gerne als Unterstützer in Erscheinung treten für 2$ aufwärts. So oder so werde ich morgen hier einfach mal ganz frei Bilder von meinem Abschneiden, von meinen Listen posten. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann weiterhin auch auf Instagram bin ich bisher noch nicht so in Erscheinung getreten als super Power-Poser und Poster. Aber morgen, wenn denn der eine oder andere Mitspieler bereit ist, dann kann ich euch ein paar Eindrücke auch mitbringen. Und das ist dann also die Chance, mich da ein wenig zu begleiten. Den einen oder anderen sehe ich vielleicht sogar persönlich. Da freue ich mich schon. Also bleibt dran. Vielleicht bis morgen. Gut Blatt!